Wenn wir in zehn Jahren fast nur noch Batterieelektrische und Plug-in-Hybride zulassen, dann erreichen wir diese CO2-Reduzierung im Verkehrsbereich immer noch nicht. Woran liegt es? Interessanter Fakt, es ist fast egal, ob man große oder kleine Fahrzeuge in den Markt bringt. Zeit mal wieder für eine Studie, für einen Durchgang durch eine Studie. Diesmal geht es um die Studie, die Rolle von Elektroautos in der Mobilität von morgen. Eine kurze, prägnante und finde ich sehr interessante Studie. Hier geht es um die Reduzierung der CO2-Emissionen und wie man am schnellsten dahin kommt und welche Wege es gibt, was sich am besten anbietet. Das Ganze wurde veröffentlicht und geschrieben von Friedrich Rudolf vom Wuppertal-Institut und Patrick Jochem vom DLR. So, schauen wir mal gleich in diese Studie hinein. Ihr seht, die ist vom Januar 2021, also brandaktuell. Und wir gucken uns die Zusammenfassung an. Das Ganze soll hier relativ kurz prägnant gemacht werden, um euch schnell einen Überblick zu kriegen. Und ihr werdet sehen, es gibt da drei wesentliche Punkte in dieser Studie. Und die schauen wir uns jetzt mal nach und nach an. Zunächst mal, worum geht es? Es ist völlig klar, die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich müssen dringend reduziert werden. Ihr wisst selber, dass sie seit vielen, vielen Jahren faktisch unverändert sind, obwohl wir ein Reduktionsziel haben, nämlich um 40 Prozent bis 2030. Wir sind weit davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen. Und man fokussiert sich jetzt auf die Marktanteile hier der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge. Man guckt in dieser Studie, welche Auswirkungen hat eine weitere Marktdurchdringung von reinen Elektrofahrzeugen und welche Rolle spielen auch Plug-in-Fahrzeuge in diesem ganzen Geschehen. Dann guckt man sich natürlich an, welche zusätzlichen Anstrengungen sind möglich, um diese Sektorziele im Verkehr zu erreichen. Und wie ich schon gesagt habe, was bewirkt eigentlich die Marktdurchdringung von Plug-in-Hybriden in dieser ganzen Klimabilanz? Ja, diese Studie stellt erstmal positiv fest, nämlich, dass die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen deutlich zugenommen haben. Und zwar Anfang 2020 hatten wir noch einen Marktanteil von 6,5 Prozent und im Dezember 2020 war der Marktanteil dann bereits auf über 26 Prozent hochgeschossen. Also ein Wahnsinnsanstieg der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden. Demzufolge ist im Dezember 2020 die CO2-Emissionen pro Kilometer auf 117 Gramm pro Kilometer gesunken. Das Ganze natürlich nach WLTP berechnet und ihr wisst selber, dass die Real-Emissionen natürlich nochmal ein bisschen höher liegen. Das ist völlig klar. Spannend ist jetzt, was das für eine Auswirkung hat, wenn man mal weiterrechnet bis 2030. Und zwar, wenn man mal davon ausgeht, nehmen wir mal an, 2030 haben wir eine Marktdurchdringung von 75 Prozent. Von 75 Prozent von Batterie- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen. Dann kommt man bei den Neufahrzeugen. Es geht also hier um die Neufahrzeuge, nicht um die Gesamtflotte. Bei den Neufahrzeugen runter auf etwas über 50 Gramm pro Kilometer. Und kann damit die, und das ist schon mal eine ganz wichtige Zahl, CO2-Emissionen im Verkehrsbereich von 2030 auf 22 Prozent drücken. Also dieses Ziel, was man haben will, 40 Prozent ist noch nicht erreicht. Bei 75 Prozent Neuzulassungen, man kommt sozusagen nur auf 22 Prozent. Und wenn man annimmt, dass die Neuzulassungen, der Marktanteil von Batterie-elektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden sogar auf 95 Prozent ansteigt. Das heißt praktisch kein Neuverkauf mehr von Verbrennungsfahrzeugen. Und das ist jetzt hier ein ganz wesentlicher Punkt. Dann erreicht man zwar bei der Neufahrzeugen-Flotte eine Reduzierung der CO2-Emissionen pro Kilometer auf 26,7 Gramm. Was ja wirklich superklasse ist. Aber, und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, hier, man erreicht sozusagen auch damit diese 40 Prozent Reduzierung nicht. Und kommt in Anführungszeichen nur auf 27 Prozent. Und das ist natürlich eine hammerharte Aussage in dieser Studie, denn die sagt eigentlich nichts anderes, dass selbst wenn wir in zehn Jahren fast nur noch Batterie-elektrische und Plug-in-Hybride zulassen, dann erreichen wir diese CO2-Reduzierung im Verkehrsbereich immer noch nicht. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Interessant ist, dass wir natürlich die EU-Anteile übererfüllen. Die EU schreibt ja vor, dass die CO2-Emissionen auf ungefähr 59 Gramm pro Kilometer im Jahr 2030 sinken sollen. Aber, wie gesagt, obwohl diese Ziele übererfüllt werden, kommt man an diese 40 Prozent, die sich die Bundesregierung gesetzt hat, als Ziel nicht ran. Das ist das Erste, was man hier festhalten muss. Und deswegen habe ich hier auch mal ein blaues Ausrufezeichen rangefahren. Woran liegt es? Es liegt letztlich daran, dass das Hochfahren der Elektromobilität in Deutschland einfach viel zu spät angefangen hat, um diese Ziele letztlich zu erreichen. Für die entwickelten Länder erscheint jetzt hier ganz wichtig eine Reduktion des PKW-Bestandes als ein ganz besonderes, wichtiges Werkzeug, um diese Ziele zu erreichen. Das heißt, wir haben alle immer noch viel zu viele Autos und wir fahren immer noch viel zu viel. Man hat sich jetzt auch mal angeschaut, wie sieht das eigentlich aus, wenn man statt diesen großen, schweren SUVs mehr kleine und leichte Elektrofahrzeuge auf die Straße bringt. Hat das eine Auswirkung auf diese Zahlen, die ich eben genannt habe? Und wenn man sich hier das mal anschaut, das ist das Szenario 2b, dann stellt man also fest, dass sich an den CO2-Emissionen so gut wie gar nichts ändert. Warum ist das so? Müsste doch eigentlich besser sein, wenn man mehr kleine Fahrzeuge auf den Markt bringt. Aber wenn man davon ausgeht, dass wir elektrisch unterwegs sind und unter anderem durch den EU-Emissionshandel dürfen ja keine höheren CO2-Emissionen entstehen, dann ist völlig klar, dass dieser Wert hier mit 26,7 Prozent auch unverändert bleibt. Das heißt, interessanter Fakt, es ist fast egal, ob man große oder kleine Fahrzeuge in den Markt bringt, die daran ändert sich an den CO2-Emissionen. Ändert sich nicht großartig was, das ist fast unverändert, beziehungsweise es ist unverändert. Die Reduktion bleibt bei 28 Prozent statt 40, das reicht also nicht aus. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, deswegen habe ich es auch hier gelb angemarkert. Wenn man nämlich gleichzeitig es schafft, die Fahrleistung zu reduzieren, und hier hat man mal 25 Prozent angenommen, also 20 Prozent verminderte Fahrleistung, dann ändert sich an den CO2-Emissionen der Neuwagenflotte logischerweise auch nichts. Ein Auto ist ein Auto, aber an den CO2-Emissionen insgesamt ändert sich dramatisch was, denn die sinken dann nämlich plötzlich auf die geforderten Werte, beziehungsweise das Reduktionsziel wird mit 42 Prozent erreicht. Das heißt also, wichtiger zweiter Fakt an dieser Studie, den man mitnehmen kann, ist, es kommt nicht nur darauf an, dass wir elektrisch fahren, sondern es kommt vor allem auch darauf an, dass wir insgesamt einfach weniger mobil sind, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Fakt, der hier mal dargestellt werden kann. Das Ganze scheint für urbane Räume plausibel, das erfahren wir jetzt auch ein bisschen hier an der Corona-Krise. Das scheint also möglich zu sein, seine individuelle Mobilität ein bisschen zu reduzieren. Stichwort Homeoffice, Stichwort Videokonferenzen und so weiter. Und trotzdem ist allerdings, wird hier gesagt, diese Annahme, 20 Prozent Mobilitätsverringerung, ist eine sehr, sehr optimistische Annahme, und ob die zu erreichen ist, also sehr, sehr zweifelhaft. Gleichzeitig wird hier auch noch gesagt, dass man ja weiterhin mit sehr hohen Anteilen an konventionell betriebenen Fahrzeugen in 2030 rechnen muss. Ihr kennt das, ist dann immer diese Diskussion um die E-Fuels, dass die angeblich so wahnsinnig wichtig sind. Und ja, also man sieht letztlich daran, wir können, wir müssen unbedingt, jetzt weiß ich, wie ich es ausdrücken möchte, wir müssen also unbedingt schauen, dass wir weniger fahren und dass wir auch den Verkehr, den wir verlagern können, zum Beispiel in den öffentlichen Personennahverkehr, dass wir das auch ausnutzen, diese Optionen, die wir da haben, um mit den CO2-Emissionen runterzukommen. Und ganz wichtig ist auch, eine Verminderung der Fahrleistung, der individuellen Fahrleistung, hat natürlich auch was damit zu tun, einfach die Stromnachfrage im Transportbereich einfach möglichst gering zu halten. So, die Rolle von Plug-in-Hybriden, das ist ja auch immer so ein Thema, was sehr, sehr heiß diskutiert wird, und man kann es eigentlich relativ kurz zusammenfassen, und zwar geht es letztlich darum, wie werden die genutzt? Ja, das ist immer wieder das Gleiche. Die Diskussion kennt ihr, ein Plug-in-Hybrid, der nicht geladen wird, der nur mit Verbrennungsmotor fährt, der hat natürlich überhaupt keinen Klimavorteil, im Gegenteil, das kann sogar negativ sich auswirken. Die Fahrzeuge sind schwerer, verbrauchen mehr Benzin, die Batterien müssen hergestellt werden, der CO2-Ausdruck, Abdruck, der Fußabdruck, der kann sich nicht wieder amortisieren, das funktioniert nicht. Also ist es ganz, ganz wichtig, Maßnahmen zu treffen, um den elektrischen Fahranteil zu erhöhen, und da werden unter anderem mehr Lademöglichkeiten zu Hause und am Arbeitsplatz hier genannt. So, und ganz interessant ist, und da blätter ich jetzt mal ein bisschen fast schon zum Ende dieser Studie, da gibt es nämlich nochmal eine sehr interessante Aussage zum Thema Plug-in-Hybride, das war irgendwie Seite 17 oder 18, ich muss mal kurz hier ein wenig vorblättern, damit ich euch das dann auch gleich zeigen kann. Genau, hier gibt es also nochmal einen extra Absatz zum Thema die Rolle der Plug-in-Hybride und die Aussage, ich frage euch jetzt hier die ganzen Zahlen in der Tabelle, aber das, was ich hier gelb markiert und mit einem blauen Ausrufezeichen markiert habe, ich lese das einfach mal vor, es zeigt sich, dass die Unsicherheiten groß genug sind, um signifikante Anteile zusätzlicher Reduktionsbemühungen zu neutralisieren, beziehungsweise im besseren Fall deren Wirkung zu verstärken. Das heißt, die Unsicherheiten wie so ein Plug-in-Hybriden genutzt werden, die sind so groß, dass man im Prinzip überhaupt keine Aussage treffen kann, bringen die jetzt was zur CO2-Reduzierung oder nicht. Die Varianz ist riesig groß, das Fahrverhalten, das Tankverhalten, das Ladeverhalten ist nicht vorherzusehen und das kann also durchaus sein, dass bei einer Fahrzeugflotte von durchaus mehreren Millionen Plug-in-Hybriden die CO2-Ausstöße deutlich zurückgehen können, aber auch deutlich steigen können. Und deswegen hier habe ich diese Aussage nochmal mit einem blauen Ausrufezeichen versehen. Das ist also wirklich so und deswegen auch der Appell an alle von euch da draußen, die einen Plug-in-Hybrid haben oder die sich einen kaufen wollen, nutzt ihn bitte so, wie er gedacht ist, nämlich so oft es geht, laden. Denkt an ABC, Always Be Charging, immer laden, 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 damit ihr möglichst viel elektrisch unterwegs sein könnt und nur wenn es gar nicht anders geht mit dem Verbrennungsmotor fahren. Und was ihr auf alle Fälle vermeiden solltet, ist die Batterie über den Verbrennungsmotor aufzuladen. Das ist nämlich bei den meisten Plug-in-Hybriden sehr, sehr ineffizient gelöst. Andere Hersteller können das sicherlich besser. Bei vielen ist es ganz, ganz schlecht gemacht. Also bitte ladet eure Batterie im Plug-in-Hybrid auf gar keinen Fall über den Verbrennungsmotor, sondern macht es an der Ladestation an der Wallbox zu Hause. Ja, also wir können im Prinzip bei dieser Studie jetzt festhalten, wenn wir die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich reduzieren wollen, und das müssen wir tun, dann gibt es einerseits den Weg über die Elektrofahrzeuge, das ist völlig klar. Dabei spielt es keine so große Rolle, ob das jetzt sehr schwere oder leichte Fahrzeuge sind. Und das ist irgendwann, relativiert sich so ein bisschen, auch wegen der steigenden Anteile der erneuerbaren Energien. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir insgesamt weniger Fahrzeuge auf den Straßen haben und dass wir weniger fahren. Und je weniger wir fahren, desto mehr tragen wir dazu bei, wirklich insgesamt dazu bei, dass deutlich weniger CO2 im Verkehrsbereich emittiert wird. Und wenn wir unterwegs sein müssen, auch mal überlegen, ob man nicht mal das Fahrrad zu Fuß, den Bus oder die Bahn nehmen kann. Ich weiß, das sind also Umstellungssachen, die nicht so ganz einfach sind. Und wie gesagt, wer ein Plug-in-Hybrid hat, bitte jetzt gleich rausgehen und das Ding an die Steckdose anschließen und es zu laden. So viel dieser kurze Blick auf diese Studie. Fand ich sehr, sehr interessant. Wir verlinken die natürlich auch, dass wir euch sie nochmal einzeln nochmal genau angucken können. Es sind noch eine ganze Menge Grafiken dabei. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick geben in die Ergebnisse. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare dazu. Schreibt sie ruhig mal runter, bitte unter dieses Video. Wir sind sehr gespannt da drauf. Und wie immer die Bitte, abonniert doch einfach mal unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und denkt auch einfach dran, die Alarmglocke zu glücken. Ich sage dann mal, die Alarmglocke zu drücken, nicht zu glücken. Ich sage dann einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Julian sagt Tschau. Musik 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 X